Leute, Fokker! Wow! Lass mich! Das ist ein Holzverkehr. Oh, super! So geht das, Anja! So, Schatz, jetzt guck mal was. Komm mal auf die Schulter! Schatz, jetzt guck mal was. Schatz, jetzt guck mal was. Das ist ein Holzverkehr. Das ist ein Holzverkehr. Ja, das ist ein Holzverkehr. Das ist ganz so ein Holzverkehr. Das ist ganz so ein Holzverkehr. Das ist gar nicht so. Das ist gar nicht so. Da krieg ich mir vorhin fast. Da muss ich das auf mich haben. Brauchst du doch ein Schuh. Er ist gut. Dann geht es. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.